Großer Ausverkauf am Kryptomarkt. Sind Kryptowährungen und Blockchain am Ende? Genau das schauen wir uns heute näher an und damit herzlich willkommen zu unserem YouTube-Kanal KryptoReport und bei uns geht es wie immer um die Themen Bitcoin und Co. einfach erklärt. Und ja, ihr habt es vielleicht mitbekommen, am Wochenende hat es wieder einen kleinen Ausverkauf am Kryptomarkt gegeben. Also der Bitcoin ist deutlich unter die 4.000 US-Dollar-Marke gesunken und die Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen ist unter 120 Milliarden Dollar gefallen, zumindest kurzfristig. Was soll man hier tun? Ja, meiner Meinung nach ist jetzt Panikverkäufe und Angst immer ein schlechter Ratgeber, vor allem Panikverkäufe. Man verkauft jetzt eigentlich meiner Meinung nach in einen sehr überverkauften Bereich hinein, das sollte man nicht tun. Also wenn ihr wirklich aussteigen wollt aus diesem Markt, wartet hier noch eine technische Erholung ab und verkauft dann. Aber jetzt hier mit Panik zu reagieren und alles von Bord zu schmeißen, ist meiner Meinung nach der falsche Weg. Aber das ist nur meine private Meinung, keine Anlageempfehlung. Also ich habe am Wochenende schon in unserem KryptoReport geschrieben, dass Ethereum wahrscheinlich zweistellig werden wird und da gehen wir auch hin. Und wer sich für unseren Krypto-Report interessiert, also crypto-report.de. Ihr könnt euch hier kostenlos mit eurer E-Mail-Adresse anmelden, dann haltet ihr einmal in der Woche unsere schriftlichen Analysen zum Kryptomarkt. Kurz nochmal zurück zu Ethereum. Also wie gesagt, ich denke, dass Ethereum hier zweistellig werden wird, weil einfach dieser ICO-Boom vorbei ist. Also wir haben hier in den letzten Monaten bereits ein rückläufiges Volumen gesehen. Warum? Ja, es gibt immer weniger gute Projekte. Also die meisten sind ja, ja ich will nicht sagen, künstlich aufgebaut, aber man versucht hier irgendwas Künstliches meiner Meinung nach zu konstruieren, um einfach von diesem Blockchain-Hype zu profitieren, um von diesem ICO-Boom hier zu profitieren, um einfach günstig Geld einzusammeln. Doch das Problem ist, hinter diesen Geschäftsmodellen steckt relativ wenig Substanz. Also meistens hat man hier ein Geschäftsmodell, das eigentlich kein, ja nicht zwingend eine Blockchain- oder eine Kryptowährung voraussetzt. Und das ist eigentlich schon ein K.O.-Kriterium meiner Meinung nach, weil man hier auch mit einer zentralen Datenbank arbeiten könnte und dieses Geschäft dann auch mit einer normalen Datenbank realisieren könnte. Das bedeutet also, viele ICO-Projekte werden sich in Rauch auflösen. Das hat sich ja letztes Jahr schon angedeutet. Und ICOs werden dann wahrscheinlich eher weniger werden. Die Zahl der vor allem qualitativ hochwertigen ICOs wird eher abnehmen. Und das wird wahrscheinlich auch dann Ethereum stärker treffen. Denn Ethereum war hier eigentlich in den letzten paar Monaten oder letzten Jahren sogar die ICO-Währung schlechthin. Also wer an einem ICO teilnehmen wollte, benötigt die Ethereum. So, das wäre das eine Thema. Zum anderen gibt es natürlich auch den Bitcoin und der ist ja auch deutlich unter die Rede gekommen, genauso wie andere Kryptowährungen auch. Mich erinnert das Ganze an das Platzen der Dotcom-Blase zur Jahrtausendwende. Ich weiß nicht, wer da schon dabei war von euch, aber ich habe das mitgemacht. Also ich war unter anderem in Exodus Communications investiert. Das war damals der größte Webhoster weltweit. Und der ist damals aber auch pleite gegangen, weil man hat hier zwar wachsen können, aber auch Verluste geschrieben. Und da viele Internetfirmen nur eine Adresse, eine Dotcom-Adresse hatten und aber kein Geschäftsmodell dahinter gestanden ist, sind halt viele Internetprojekte auch in Rauch aufgegangen und haben sich dann als Luftnummer entpuppt. Und auch große Internetfirmen wie zum Beispiel Amazon sind deutlich unter die Räder gekommen. Also wer das damals noch weiß, Amazon wurde ja damals als Online-Buchhändler damals noch komplett totgeschrieben, weil Amazon hat damals auch noch Verluste gemacht und die Aktie ist damals auf sechs Dollar abgestürzt. Also man hat ja nicht mehr viel auf Amazon gegeben. Genauso war es mit Mercado Libre. Das werden wenige von euch kennen. Aber Mercado Libre ist die führende E-Commerce-Plattform in Lateinamerika. Und diese Plattform wollte man eigentlich schon dicht machen, weil man gesagt hat, ja, das funktioniert sowieso nicht. Und E-Commerce und Internet, alles viel zu langsam. Und man hat das aber dann doch nicht gemacht. Und das war ein großes Glück für die Anbieter, denn Mercado Libre ist heute die führende E-Commerce-Plattform in Lateinamerika mit über 12 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung. Jetzt ist es so, der Kryptomarkt wird hier wahrscheinlich meiner Meinung nach auch noch weiter konsolidieren, um einfach diese Anleger aus dem Markt zu spülen, die hier aus dem falschen Grund investiert sind. Und zwar sind viele Anleger Spekulanten, die hier einfach, ja, sag einmal salopp einen schnellen Euro oder schnellen Dollar verdienen wollten und nur deswegen investiert sind. Und die werden jetzt sehr schnell merken, dass der Markt nicht nur nach oben geht, sondern auch nach unten. Und das sind die Anleger, die dann wahrscheinlich die Flucht ergreifen und hier ihre Positionen verkaufen. Und schließlich wird der Markt meiner Meinung nach dann am Boden finden, wenn hier nur noch die Profis im Markt engagiert sind, die sich wirklich für die Technologie dahinter interessieren und wirklich auch langfristig denken und langfristig investiert sind. Dieser, ja, Ausverkauf oder, ja, Washout, sag ich jetzt einmal, kann hier noch einige Wochen und Monate weitergehen. Also ich kann mir durchaus, wie gesagt, einen Bitcoin-Preis von 2.000 oder 3.000 US-Dollar vorstellen. Kann natürlich auch auf 1.000 US-Dollar sinken, wenn hier der Preis wirklich stark fallen sollte und hier wirklich Panik um sich greift, dass hier wirklich, ja, Anleger mit den schwachen Händen hier nochmal verkaufen, dann kann es auch nochmal deutlich nach unten gehen. Langfristig sehe ich aber nach wie vor Blockchain und Kryptowährungen als große Zukunftschance. Also ich sehe es, sehe diese Technologie wie das Internet zur Jahrtausendwende, dass man hier einfach fundamentale Sachen hier verändern kann, denn daran hat sich ja nach wie vor nichts geändert, dass Bitcoin eine dezentrale Technologie ist, ein dezentrales Zahlungsnetzwerk, das einfach eine gewisse Sicherheit garantiert, sage ich jetzt einmal, gegenüber diesem Fiat-Geldsystem, in dem wir ja hoch verschuldet sind und die Schulden auch immer weiter wachsen. Und daher bin ich nach wie vor optimistisch. Also ich sehe hier auf keinen Fall noch das Ende, also weder für Kryptowährungen noch für Blockchain, weil wir hier nach wie vor am Anfang stehen und ich sehe diese Technologie genau in dieser Zeit, wo, also in den 90er Jahren, wo das Internet gestanden ist, also ist er auch ewig langsam gewesen und so weiter und keiner hat eigentlich so wirklich daran geglaubt, dass hier das Ganze nochmal so nach oben geht, nach den Platzen der Dotcom-Blase und in einer ähnlichen Situation sehe ich uns jetzt heute mit Blockchain und Kryptowährungen. Also es kann hier schon noch vielleicht sogar ein, zwei Jahre dauern, bis der ganze Markt sich erholt und wieder steigen wird, aber momentan ist es halt noch so, dass hier viele Anleger noch investiert sind, die eigentlich aus dem falschen Grund investiert sind und daher denke ich, wird es noch eine Zeit lang abwärts gehen. Dann hätte ich mich natürlich auch eure Meinung zu diesem Thema interessiert. Wie seht ihr das Ganze? Glaubt ihr noch an Kryptowährungen, an Blockchain oder sagt ihr, das Ganze war ein einfach kurzer Hype oder Experiment, das nicht funktioniert hat? Bitte unten in die Kommentarliste. Ansonsten würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch freuen, wenn euch mein Video gefallen hat und natürlich könnt ihr auch meinen Kanal abonnieren, wenn ihr wollt. Wenn ihr das Glöckchen drückt, dann werdet ihr wieder informiert, wenn wieder ein neues Video von uns erscheint. Dann sage ich schon einmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.